Jo Leute was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Martendo Wir sind bei Part 21 von Super Mario 64 Und wir haben insgesamt schon 33 Sterne Womit ich eigentlich ganz zufrieden bin, so oft wie ich ja gefällt habe Was ich heute vorhabe, ich möchte hier gleich, wenn ich durch das Schloss reinkomme Möchte ich hier mal hochgehen und da auch mal das eine oder andere Level abschließen Also oder allgemein mal versuchen dort ein paar Sterne zu sammeln Ich wurde schon ein bisschen, also mir wurde schon ein bisschen was gesagt Dass das nicht ganz so easy sein soll, weil diese Teile kenne ich alle nicht Also die, die Dinger Was ich zuerst machen will, ich möchte Ne, da muss ich noch nicht hin Alter Ne, was ich Was ich machen wollte, ich wollte in die Na In die Pilzwelt Und das machen wir jetzt ganz einfach Fliegenpilz-Fiasko Erklimme den Berg Klingt ja ganz easy eigentlich Mach mal das doch So macht man das Also Münzen sind eigentlich schon was nice Das gilt auch für die roten Münzen Übrigens heute, wo ihr das Video seht, ist heilig abends Äh, da schon mal Grüße gehen raus Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt Lol Ich hab halt mein Mikrofon zu Also ich nehm das heute am 23. auf Deswegen hab ich Deswegen hab ich heute auch mein Mikrofon noch nicht Weil ich bekomme das erst Am 24. Und Alter, geht da doch rein Ja Ich bin komplett vom Thema abgeschwiffen Ich wusste grad gar nicht mehr, was ich sagen wollte Naja Aber Im Grundprinzip hab ich eigentlich auch alles gesagt, was ich sagen wollte Nein Klammer dich doch dort fest, Alter An jeglicher Scheiße Klimmst du dich auch hoch Und ausgerechnet an so nem scheiß Pilznet Was ist denn mit dir? Was ist denn hier drinne? Oh, ein One-Up Den kann ich jetzt tatsächlich ganz gut gebrauchen Alter, das war close Oh Sieht man das? Weißt du, sowas macht dieses Spiel mit mir Und ich trage Und Ich bin heute Generell auch mal Ein bisschen Aggressive kann man so sagen Weil Ich trage eigentlich nie Orange Und Das eigentlich nur, wenn ich aggressive bin Ähm Allgemein solche knalligen Farben Trage ich eigentlich eher, wenn ich aggressive bin Wisst ihr Bescheid Könnt ihr schon mal, äh Wissen Oder wenn man der Style einfach gefällt Eins von beiden Also entweder Ich bin aggressive Oder ich mag den Style Aber bloß, dass ihr so ungefähr Bescheid wisst Nö, kein Bock auf dich Was ist denn mit dir, Alter Verpiss dich doch Ey, du dummer Fotzensohn Kühl dich ab, du Bastard Du musst sterben, du Bastard Ich sag, du musst sterben, du Bastard Wer stirbt Also ne, wer geht baden Ich Ich komm da doch wieder raus, Alter So schwer ist das auch nicht, du Hure Ähm Ja Ich hab grad mein Controller ein bisschen geknöbelt Ähm Yay Ich muss das Spiel neu starten Ich bin gleich wieder da So, da bin ich wieder Gut Den Rest kennen wir ja schon Ähm Fakt ist, dass ich jetzt wieder hier hoch will Vor allem Was hab ich am Anfang des Parts nochmal gesagt Das Das Erklimme den Bergwirt Easy Alter Vielleicht ist es auch ganz easy Aber ich stell mich nur einfach mal wieder dumm an Also ich glaub eher Ich glaub eher das Zweite Oder hä, hat das grad Sinn gemacht, der Satz? Ne, ich glaub nicht Der Scheiß macht auch keinen Sinn Also Falls Ihr bald nichts mehr von dem Controller sehen oder hören solltet Ihr wisst warum Oh lol Alter, die Taste hier Die hat grad richtig geklemmt Oh shit Ähm Also die Taste, die muss ich grad richtig reindrücken Aber scheint noch alles zu funktionieren Lieber langsam angehen Den Scheiß Vor allem nach sowas Oh lol Oh, das hat mir den Arsch gerettet Was hat mir grad dermaßen den Arsch gerettet Danke Was ist jetzt los? Was war das denn? Nein Nein Ach, du bist doch so ein Kekko Bist doch so ein dummer Kekko Wo bin ich jetzt überhaupt? Oh, Junge Jetzt bin ich wieder hier am Anfang Halt's Maul Ja Und dann vertausche ich noch die Tasten Mann Junge, was machst denn du? Bist du besoffen? Nein 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 Wie dumm ist der? Wie dumm ist der? Alter Nein Mach doch was? Mach doch Oh, Junge Ihr müsst mir meinen Tisch sehen Da sind schon die ganze Zeit solche roten Abdrücke drauf Also so rote So rote Stellen von dem Controller Wo sich die Farbe richtig löst Alter Sieht man das? Oh man Also heute bin ich richtig aggressive Alter ey Heute bin ich richtig aggressive drauf Nein Jetzt muss ich auf so einen kleinen Pilz jumpen Es bringt nichts Es bringt nichts Ohne diese Ohne diese Shirtfarbe bringt mir kein Glück Okay was aber ich verwirre scheiße junge mann junge wir sind bei rot datei 14 minuten und ich habe nichts geschafft jetzt kommt er zu früh der hurensohn hat trick 17 du bastard ich heiße es mal auf die roten münzen junge allein von dem part kann man eine rage compilation machen und die würde ein terabyte platten speicher füllen für die für die rage compilation kannst du den kompletten part verwenden da musst du dir nicht einzelne szenen raussuchen da kannst du den kompletten part verwenden so eine dreckige pisse mann hashtag no filter was machst du mach doch deine normalen long jumps die du immer machen sollt dann mach die doch meine fresse wie gesagt scheiß jetzt auf die roten münzen habe echt keinen bock jetzt diese scheiß roten münzen zusammen weil ja mittlerweile wisst ihr warum aber auch egal was du machst es geht alles schief ich muss heute noch auf den berg kommen alter denke die reise digga dieses berg erklimmen ist schwerer als das erklimmen von mount everest woher ich dich weiß keine ahnung frag mich nicht scheiße wo gehe ich jetzt lang ich muss hier lang oh 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 nein oh junge das klaus alter von wo kommen die kugeln ach du scheiße ach du scheiße oh fuck vor allem wie viele wie viele das sind alter viel zu heftig was ist das denn für eine chinesen wolke das ist die wolke ist aus wie so ein chinesischer mafiose what the fuck das hat sich gelohnt man das hat sich absolut gelohnt aber ich bin fast auf dem berg ich bin gleich auf dem berg dann habe ich meinen ziel erreicht oh junge stern 34 was ist die nächste aufgabe was erkunde den affen käfig wirst du mich verarschen da probiere ich lieber da den 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 stern da hinten zu sammeln irgendwie geht das geht das eigentlich ich probiere das jetzt nein geht nicht hätte ich mir eigentlich auch denken können äh hier gibt es doch noch mehr welten ne äh ist das eine welt ne aber das ist eine welt das weiß ich dass das hier eine welt ist ja nochmal das gleiche bild dann geht es hier noch die treppen hoch wie viele sterne brauche ich da ach du scheiße 50 sterne brauche ich dafür okay war ah ok wo geht es hier lang das ist eine welt das ist keine welt das ist mich verarschen wo ist die denn bitte dann war die irgendwo anders die welt ok hier geht es wieder raus vielleicht geht es hier ja hier ist die welt was doch nicht oder sind hier die gleichen bilder ja ok eins der bilder ist das richtige aber allein so lang gezogen wie der weg schon ist das kann gar nicht richtig sein doch was was der weg ist doch viel zu lang gezogen junge es geht mit dem scheiß weg ab wie heißt die welt gulliver gumbo zu tausend prozent falsch ausgebrochen plücke die schnapp piranha was hals maul was sind das denn für fischer hinaus mit dem fischer aber ganz schnell als das denn für fischer hals maul was bist du für ein ehrenloser affe komm her komm ran komm ran ja siehste kannst du nicht pah lappen ok was bringt denn das bringt mir das glück ok bringt mir kein glück schade alter junge allein das irritiert mich schon dass die goombas so scheiße groß sind oh nein ich muss jetzt echt da lang schwimmen einfach so schnell wie du kannst mario einfach so schnell schwimmen wie du kannst tschüss oh was soll das denn alter holy fuck nannannannannann fick dich goomba was och man das war der shy guy und ich sag ficker und ich sag ficker dich goomba der ma Hallo, ich hab doch die Taste gedrückt, dann mach doch Gar kein Bock mehr, Alter Das war's mit dem Part Lasst einen Daumen nach oben da, sofern es euch gefallen hat Gebt ein Abo, um auf diesen Dreckskanal nichts mehr zu verpassen Okay, nein, Spaß beiseite Ähm, ich bin da jetzt einfach raus Ich hab echt gar kein Bock mehr Ich bin nur auf meine Rages gespannt Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein und ciao